Hallo meine liebensten Schaut und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Ghost Recon Breakpoint. So, die letzte Mission auf Zeit, die lasse ich weg, da habe ich keinen Bock drauf. Ich spiele jetzt einfach einmal die Mission, wo ich hier einen Typen umnieten muss und dann wo ich sechs Boddocks platthauen muss und fertig aus. Ich brauche nur zwei Missionen hier, um das Gebiet zu erobern, dann spiele ich die beiden eben. Ich muss jetzt nur gucken, wo der Typ, den ich jetzt umlegen soll, wo der Knöte national ist. Hier irgendwie eine Unterwasserstation! Wow, wow. Rutsch, 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 Ja, so. So, jetzt muss ich aber mal gucken, wie komme ich jetzt hier mal. So, wie komme ich jetzt hier mal hin. Warte mal, der Stalldampf ist ja noch drauf. So, warte mal, wenn ich von hier aus das Kloß baller, die kommen ja jetzt hier eigentlich gar nicht hin. Es sei natürlich hier über das Wasser rüber. Also habe ich ja eigentlich hier einen rechtssicheren Platz, von wo aus ich jetzt die eigentlich wegnieten kann, ne? Okay, da ist noch einer. Gut, wenn der jetzt hier so seine Runden hier so rumdreht, dann niedrig ich ihn einfach mal weg, wenn er hier ungefähr ist. Warte mal, der Typ jetzt, war das, der jetzt hier eben gerade entlang ging? Warte mal. Alles klar, der Kloß, da müssen feindliche Einheiten im Gebiet sein. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Okay. Okay. Sehr gut, der Typ hat das Verstärkung gerufen. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Okay. 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 Moment mal. Aber hier müssen ja noch mehr sein. Okay. Das sind Zivilisten. Okay. 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 so machen wir mal einen auf den hier gut jetzt ist natürlich nur die große frage so war aber ganz kurz so war dann mal ganz kurz ach scheiße ein offizier weniger wenn weniger helikopter hier rumschwirren sollte die rettung der wissenschaftler ein kinderspiel sein gut ja ich brauche den typen ja jetzt eigentlich gar nicht mehr brauche jetzt eigentlich gar nicht mehr groß los können und versuchen die leute umzunieten das ist gar nicht mehr nötig ich habe das weswegen hier war aber jetzt will ich mir noch aus der kiste da ach da oben der die die leute da will ich mir auch noch mal holen das ist gar nicht mehr schweizend 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 Okay. so warte mal hier ist auch noch irgendwo hier gab es den weg doch noch hier oben habe ich mitbekommen gut so das nächste ist denn jetzt ja da muss ich dann jetzt was muss ich denn da jetzt zerstören sie die verpackten monster entfernt die hier muss ich hin schwimmen sie auch was in der bollocks auf und vernichten sie gut vernichten wir ja relativ gut drin vernichten mag ich gerne alles klar gut wo ist es von hubi dahinten vielleicht kann ich das sogar schon vom hubschrauber aus erledigen ich habe keinen plan von Das Ziel sind dritte Container im Hafen von Darkloop Island. So sind die Dinger hier. Container zerstört. So, warte mal. Jetzt mal hier weiter runter. So. Okay. Da und da noch. Die drei noch. Die drei noch. Die drei noch. Alles klar. So, der. Okay, hauen wir hier nochmal einen rein. Oh-oh. 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 Okay. Oh-oh. Das war ein Volltreffer. Das war ein Kino. Das war ein Kino. Oh-oh. Das war ein Kino, das war ein Kino, das war ein Kino. Das war ein Kino. so also ja das macht ja nichts exaktion der wissenschaftler so warte mal wir freuen und akutieren sie die wipps gut das wird jetzt nicht ganz einfach das wird nicht ganz einfach zumal ich jetzt wenn ich da jetzt einfach reinfliege und losballer